Hallo und herzlich willkommen bei Wöhner. Schön, dass Sie an unserer Motus C14-Einführung teilnehmen. Den Ausfall der Messen finden wir besonders schade, da wir Ihnen dort unbedingt unser neues Produkt-Highlight vorstellen wollten. Aber das, das tun wir nun auf diesem Wege. Nach der erfolgreichen Einführung der Basissysteme Crossboard und 185 Power für den Maschinen- und Anlagenbau sowie für die Energieverteilungen stößt Wöhner nun in eine ganz neue Dimension vor. Der Motus C14. In Rödenthal entwickelt, in Weinstadt produziert, für die Welt gemacht. Also los. Musik ab, Licht aus und Action. Wir präsentieren ins coercion biomimput. Musik ab, Licht aus und Action. Musik ab, Licht aus und Action. Musik ab, Licht aus und Action. Musik ab, Licht aus und Dawn. Musik ab, Licht aus und安全. Musik ab, Licht aus und deaf, Chart aus und见. Musik ab, Licht aus undЧast aus und zu viel. Musik ab, Licht aus und iTunes aus und想 ab, Licht aus und zu über dansmen community platinum. Musik ab, Licht aus und defender Io Montejvić. Musik ab, Licht aus und Editoriales sind motionemps. Musik ab, Licht aus und Pour Jaguar lasst estar lastко haben. Musik ab, Licht aus und Daten aus. heute eine neue Dimension von Motorstallern. Mit dieser neuen Generation realisieren wir das, was Sie sich für den Maschinen- und Anlagenbau der Zukunft wünschen. Eine intuitive Benutzerführung, integrierte Kommunikations- und Messtechnik, einen sicherungslosen, wiedereinschaltbaren Kurzschlussschutz. Die selbstsichere C14-Technologie. Diese Technologie ermöglicht uns die Abschaltung von prospektiven Kurzschlüssen bis 100 kA. Und das in 22,5 mm Gehäusebreite. Werkzeuglos steckbar auf all den Löhner Basissystemen. Wir geben Ihnen Einblick in unsere Entwicklung, wir zeigen Ihnen, wie wir das Produkt in Deutschland produzieren, wir erklären Ihnen, wie es in der Anwendung funktioniert. Und es funktioniert schon. Der Motus C14 läuft hier bei uns im Werk und bei Pilotkunden im Dauerbetrieb. Aber zunächst zur Entwicklung. Ausgangspunkt war die weltweite Nachfrage nach einem sicherungslosen, wiedereinschaltbaren Kurzschlussschutz. Als Ergänzung oder Alternative zu den bewährten sicherungsbehafteten Lösungen. Daher war es für uns als Innovationstreiber nur konsequent, diese Entwicklung gemeinsam mit unserer Schwesterfirma Future Systems anzugehen. Da das ein Megaprojekt war, stellt uns das unser Mann für das Mega vor. Peter Spiel. Das Ziel war, eine Technologie zu entwickeln, die schneller abschaltet als die Sicherung, die eine geringe Anlagenbelastung hat und die wieder einschaltbar ist. Und das auch aus der Ferne. Und da gibt es nur zwei Sachen. Schnell detektieren und schnell abschalten. Und genau diese beiden Sachen sind die große Herausforderung. Der erste Versuch war elektromechanisch im Rahmen der damaligen Kernkompetenzen von Wöhner. Wir haben aber schnell gemerkt, dass die Zeiten und die Kräfte, um eine Trennstrecke zu erzeugen, doch zu groß sind und wir die Zeit nicht erreichen. Der zweite Versuch war dann ein elektronischer Versuch, wo wir im ersten Schritt eine geeignete Schaltung gefunden haben, aber die Schlüsselbauteile noch nicht verfügbar waren. Und als wir das Schlüsselbauteil gefunden hatten, den SIG MOSFET, der auf der einen Seite seit 20 Jahren im Labor existiert, aber in seiner Performance und auch in seinem Preis eigentlich erst im Laufe des Projektes technikfähig geworden ist. Da kam der Durchbruch. Und mit diesem Gerät haben wir dann zuerst 15 K.a. erreicht und dann Farbewerte von 64 und 100 K.a. bei weiteren Versuchen. Baubreite ist ein Hauptthema. Das Ziel war, so schmal wie möglich. Wir haben angefangen mit 36 mm Baubreite und haben es dann geschafft, das Gerät einzudampfen auf 22,5 mm. Das andere war, wir haben sehr anspruchsvolle Messtechnik im Gerät. Und die Messtechnik, und das war eines der Ziele, wenn wir Messtechnik im Gerät haben, warum die Messtechnik dem Kunden nicht auch nach außen zur Verfügung stellen. Darüber hinaus haben wir eine, ich möchte sagen, Basistechnologie entwickelt. Die Basistechnologie C14 schneller abschalten als die Sicherung, wieder einschaltbar zu sein, ist in beliebige Devices, Geräte, Funktionalitäten im Schaltschrank eindesignbar. Wir haben das als Elektronikplattform und können diese Plattform leicht anpassen, modifizieren und eindesignen. Dieses Produkt wurde entwickelt, getestet, validiert von Future Systems, in-house von unserem Wöhner-Team. Und wir bei Wöhner, wenn eine Innovation machbar erscheint und sie ist in Schlagdistanz, dann gehen wir eben in die Umsetzung und machen es. Vielen Dank an Peter Spiel und das Team von Wöhner und Future Systems. Die Entwicklung war extrem anspruchsvoll für uns. Aber sie ist der Beginn einer nachhaltigen Ausrichtung für die Zukunft. Der Einzug von elektronischen Features in die Systemwelt von Wöhner. In diesem Bereich können Sie noch eine ganze Menge von uns erwarten. So und nun zur Produktion unseres Modus C14. Die Produktion erfolgt bei unserer Schwesterfirma Gröninger Electronics in Weinstadt. Der Modus C14 ist also ein echtes Wöhner Made-in-Germany-Produkt. Sprecher5-Mobus C14. Die Produktion hat sich Mit dem Motor 6 Mit dem Motor C14 schaffen wir einen Mehrwert durch. Platzersparnis, erhöhte Sicherheit, Intelligenz und Effizienz im Schaltschrank. Wie der Motor C14 in der Anwendung funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Ja? Hey Chef, ich wollte sagen, dass Gasse 3 steht. Woran liegt es? Einer der Antriebe auf der Auslagerbahn hat scheinbar keinen Strom mehr. Schau mal am C14. Alles klar, mach ich. Und woher liegt es? Ein aufgescheuertes Kabel am Kabelkanal. Ich brauche dafür ca. 15 Minuten. Super. Hi, Lager läuft wieder. Das interaktive Bedienkonzept beginnt bei der Installation. Die Installation wird geführt, Initialisierung und Settings werden bestätigt. Und darüber hinaus haben wir ein umfangreiches Management an Störungen und Warnungen. Störungen und Warnungen werden über das Display angezeigt und zum anderen über LEDs an den Stirnseiten, die dann entsprechend rot für Störung und gelb für Warnung leuchten. Der Ort der LED gibt einen Hinweis auf den Fehler. Der Ausgangszustand wird quasi durch eine weiße Haupt-LED signalisiert. Diese weiße Haupt-LED, die sehen wir hier, die signalisiert Betriebsbereitschaft. Damit ich direkt sehe, ob der Motor jetzt zugeschaltet ist oder nicht, gibt es dann noch einen weiteren Zustand, nämlich eine grüne Haupt-LED und im Display sehe ich sogar, in welche Richtung sich der Motor dreht. In diesem Fall rechts. Das Gerät überwacht die ganze Zeit seine Peripherie und wir haben diverse Warnungen und Störungen, die wir detektieren können. Warnungen sind rein informativ. Störungen führen zur Abschaltung des Gerätes. Gesetzt im Fall, ihr Netzteil ist fehlerhaft. Die Haupt-LED ist gelb. Diese Visualisierung deutet mir den Warnungszustand an. Und Sie sehen auch, dass das Gehäuse auch beleuchtet wird. In diesem Fall handelt es sich um eine Überspannung, die den Steuerstecker betrifft. Der sitzt hier oben, deswegen leuchtet es auch am oberen Ende des Gehäuses. Eine weitere Größe, die wir bei diesem Gerät beobachten, ist die Temperatur. Das heißt, wir messen an diversen Stellen im Gerät die maximale Temperatur. Und wenn hier kritische Werte überschritten werden, möchten wir den Kunden frühzeitig darauf hinweisen, damit er auch rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Und deswegen leuchtet es sowohl oben als auch unten, weil das ganze Gerät betroffen ist. Bei dem Motorstatter überwachen wir natürlich auch den Motorstrom. Und wenn der unter einem kritischen Wert sinkt, dann wird mir das visualisiert. Und zwar am unteren Ende, weil dort der Laststecker für den Motorabgang sitzt. Der kritischste Fall, der eintreten kann, ist ein satter Kurzschluss an der Last. Hier spielt das Gerät seine Stärken aus. Wir schalten in acht Mikrosekunden den Kurzschluss sicher ab. Das würde sich am Gerät dann folgendermaßen bemerkbar machen. Wir sehen, dass jetzt die Haupt-LED rot leuchtet. Und auf dem Display bekomme ich die dezidierte Fehlerbeschreibung, dargestellt als Short Circuit. Wenn ich jetzt diesen Haupttaster betätige, dann bekomme ich sogar noch eine detaillierte Anleitung, wie ich diese Störung beheben kann. Die vorgeschlagene Abhilfemaßnahme ist Check Motor Cable. Wenn der Kunde diesen Schaden behoben hat, kann durch ein weiteres zweisekündiges Drücken des Haupttasters die Quittierungen erfolgen und der Betrieb kann fortgesetzt werden. Mithilfe eines USB-Kabels kann das C14-Gerät mit dem Laptop verbunden werden. Und jetzt können diverse Einstellungen vorgenommen werden. Mithilfe der Export- und Importfunktion können Konfigurationen gespeichert und auf andere Geräte aufgespielt werden. Sie haben sicher sofort für sich erkannt, welche Features für Sie eine Rolle spielen werden. Features, die Ihnen einen Mehrwert bieten und Ihre Kunden von Ihren Systemlösungen begeistern. Intuitive Bedienung, Sicherheit, Wiedereinschaltbarkeit, Platzersparnis, sowie die intelligente Integration in zentrale und dezentrale Anlagen. Wir haben hier in Rödental selbst eine automatisierte Produktion mit einer Vielzahl an Motorsteuerungen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch der Modus C14 bei uns schon im Regelbetrieb läuft. Klaus Pflüger vom Vertrieb wird uns das nun erläutern und hat einen Pilotkunden für ein Feedback in die Leitung geholt. Hier bei Wöhner werden ganz normale Motorstarteraufgaben wahrgenommen. In der Regel Transport, Logistik, Höhenverstellungen sind Anwendungen, bei denen wir herkömmliche Motorstarter bereits gegen den Modus C14 ausgetauscht haben. Sowohl der Einbau als auch die Inbetriebnahme verlaufen völlig problemlos. Den Fehlerfall haben wir auch bei uns noch gar nicht live testen können. Das passiert ausschließlich auf dem Teststand. Die Anwendung bei Wöhner unterscheidet sich dabei natürlich in nichts von der bei den Kunden. Zunächst ist Motors C14 ein platzsparender Motorstarter, der einfach zu bedienen ist, besondere Sicherheit bietet über das C14-Schalten immer wieder einschaltbar und immer mehr wird an Bedeutung gewinnen die Kommunikation, die Messdatenerfassung und die Integration in die digitale Fabrik. Wir haben ausgewählten Testkunden das Gerät vorab vorgestellt und haben bei zwei Kunden ein besonderes Interesse wecken können. Bei der Firma Hedelius ist Motors C14 im Einsatz bei mehrachsigen Bearbeitungszentren und bei der Firma Reifenhäuser in den Anlagen zur Verarbeitung von Kunststoffen. Der C14 ist im Moment in einem Schaltkasten eingebaut, der an einem Extruder sitzt und dort steuert der C14 Kühlventilatoren für Heizkühlzonen an. Das bedeutet, das könnte der häufige Schaltwechsel sein, gerade wenn man in einem An- und Abfahrprozess ist, kann es sein, dass die Drehzahl des Extruders verändert wird und dadurch verändern sich die Prozessgrößen und das Kühlgebläse wird häufig an- und ausgeschaltet. Werden Sie dann die Messwertdaten auch übernehmen oder spielt das eher eine untergeordnete Rolle? Wir beschäftigen uns bei uns mit Condition Monitoring. Dazu gehört auch das Überwachen solcher Größen. Auch hier haben wir großes Interesse an einer Auswertung. Die Fehlerbehebung konnten wir bis dato nicht testen, weil wir schlicht und ergreifend keine Fehler hatten. Tatsächlich ist die Komponente im Moment still und leise im Schaltschrank eingebaut und man merkt nichts davon, so wie es für eine zuverlässige Industriekomponente sein soll. Ich weiß, wir haben Sie neugierig gemacht. Die IEC- und UL-Zertifizierungen sind abgeschlossen, das Lager ist bestückt. Ich kann voller Stolz sagen, es ist soweit. Der Motus C14 ist Realität geworden. Und er ist lieferbar. Alle Infos und eine ausführliche Funktionsbeschreibung finden Sie ab jetzt hier unter www.motus-c14.de. Für konkrete Fragen stehen Ihnen unser technischen Ansprechpartner und unser Vertrieb jederzeit zur Verfügung. Und heute für den Rest des Tages auch im Chat. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Persönlich und vor allem gesund. Auf Wiedersehen. Und weil es so schön war... Wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017